Und jetzt hat der Herr Fischer die Qual der Wahl. Ja. Herr Fischer, hier ist Sabine Sauer von Wir in Bayern. Ja. Grüß Gott, spreche ich mit Herrn Fischer. Jawohl. Ja, wunderbar. Sie haben bei uns angerufen. Ja. Weil Sie auch Lust hätten, noch ein Wichtelgeschenk nach Hause geschickt zu bekommen. Ist das richtig? Ja. Ja, schauen Sie mal, Herr Fischer. Ja. Ich habe noch zwei Packerl. Ja. Ein großes und ein kleines. Jetzt dürfen Sie sich eins aussuchen. Nehmen wir halt, nehmen wir halt, nehmen wir halt, nehmen wir halt ein. Die Eins. Gute Wahl, glaube ich. Ja, ja. Mal schauen, ob es der kleine Elch hergibt. Wo sind Sie zu Hause? In Augsburg. In Augsburg. Da ist ja jetzt die Vorweihnachtszeit auch sehr schön. Sie haben da auch einen wunderschönen Weihnachtsmarkt, gell? Jawohl. Ja, Augsburg ist eine ganz feine, schöne Stadt, die ich sehr gerne mag. Jawohl. So, jetzt schauen wir mal, was da drin ist. Hören Sie? Ja, schauen wir mal. Es klappert.